Hey, wie geht es dir? Mein Kind, hallo! Hey, ich bin heute noch nicht mehr. Mein Kind, ich hab dir was. Hey, von dem war aber ein ganz kleiner Träumer, woran uns das wichtig war, von reden, oder dass der Grund Gott, der Krankheit verheirlicht wurde. Das sind wirklich Träumer, weil wir ganz kurz von reden. Ich hoffe, es sei, wie Dau und Gott die Führung auf ihr haben könnte und sehen sein für so einen Menschen und andere Menschen. Und wie sagen wir es, wann ihr euch noch was gesehen durch dieses Video? Komm, nimm! Komm, nimm YouTube, nimm! Subscribe to uns, YouTube-Kanal, John, wo kommt und nimm. Und dann ab dem Bell, ab dem kleinen Bell-Button abdreiten, dann schriege ich alle Videos und dann warte ich die Dinge haben. Und dann wollen wir ein bisschen Topf arbeiten zu können. Wurde möchte ich sagen, dass er für meine Subscribers wird gewinnen, so für meine, dass er uns für Buzi verspreitet und so für Dollar wird Gott sie nun verheirlicht worden. Amen? Amen! Yes! Halleluja! Okay! Und ja, wollte ich kurz sagen, kann Gott verheirlicht worden, dass er krank ist. Das kann ich nicht. Wenn die Krankheit nicht von Gott kämpft, dann kann ich nicht verheirlicht worden. Wow! Aber wenn ihr so lange glaubt an Krankheit kämpft von Gott, dann habe ich so ein Vertreter denken, die glaub ich sonst doch. Aber wenn wir wirklich Gott sie gut anfangen zu verstehen, hinterlesen, hinterhelfen, was Gott wirklich sagt, und Jesus uns zu lieben, dann fängt das noch nicht so. Komm, Gott sie gut! Von viermal hin, wollte ich dich nicht so empfangen. Du sagst doch nicht auf Gott, dass ich Krankheit verheirlicht worden. Du, 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 esst bist du dich, nicht? Der wird verheirlicht, weil wir gesinnt worden. Amen! Weißt du, in einem einzigen Modell zu stehen, wenn wir sagen, wir haben die Krankheit, und dann ist doch ein Mensch krank, und dann ist doch ein Mensch krank, und dann ist doch ein Mensch krank, und dann sagen wir, wow! Wie haben wir einen Mönch gekriegt, wenn wir so ein Haar krank, und dann glaub ich, wir essen, wie wir ihn krank haben, nicht? Aber weißt du was? Wenn du einen richtigen Mann hast, ein richtiges Verstand hast, wenn du die Krankheit hast, wenn du sagst, wenn du sagst, Mann! Das Mensch wird dieser Halt so guthafter, wenn ich einen Mönch krank habe, dass wir nicht krank haben. Nein! Dann wird er gelaufen, was er hat. Weißt du, durch den Glauben, was wir können sagen, was er von anderen, wenn nicht durch die Krankheit, weil du denkst, wenn die nicht die Leverance fehlt von dort, wenn du in der Hüste vorhörst, und du sagst, wenn du den Glauben gleich mit dem Halt hast, durch den Glauben kann Gott verheirlicht werden, wenn du krank bist, nicht? Aber durch die Krankheit nicht, wir gehen zu Gott, wenn wir uns dort sagen. Du willst mich zu sagen, weil Gott zu ihm wird das nicht sagen. Jesus hat nicht durch die Krankheit, nicht? Und wenn du nicht krank bist, wenn du einen kranker Mensch bist, dann wird er sein, und dann wird er sein, dass er sein Gott verheirlicht wird. Das ist das, das ist das, das ist das, das ist das, wenn du nicht krankst, dass er sein Gott verheirlicht wird. Das heißt, durch den Glauben, wenn Matthäus 15 lesst, wenn du deine Frau heulen hast, dann sagt er, durch den Glauben, dass deine Frau heulen, immer wahr, immer wahr, nicht? Durch den Glauben sind Menschen geheulen. Und wenn wir dann sagen, du willst uns verlieren, du darfst, du willst uns nicht durch die Krankheit verlieren, du willst uns nicht durch die Krankheit verlieren, du willst uns doch sein Wut verlieren. Amen. Sein Wut bringt uns auf den Bordungen, Sein Wut darf uns Frieden, Frieden, Meld. Das ist was heute ist. Heute ist Leben, heute ist voll ab, nicht irgendwo hofft dort, in der Auge liegen, in den Hupen, noch in der Auge dort kommen, er hat wenn ich sterfe. Das ist richtig. Du darfst nicht, wer Gott ist, wie Mann am Tarnlieren, denn ab einmal denken wir ganz anders, und die Böse finden, hat viel, und können bescheiden, manche Christen, da ich dort, wie sie sich vertreten, denken geholt haben. Aber ich dachte, der Latsch immer nur, ich betalte alle, dass sie wegfahren. Ich schäme mich einfach, was ich gesagt habe, habe ich gesehen einmal, heute ist eine Früh, der mir sagte, wie sie sagte, in der Hospital, dann wusste ich noch nicht später, dann sagte ich, Mann, Gott wisst du, wie eine starke Mama sei, wie eine starke Mama sei, der hat sich gerade geschüßt, dem Dittchen zu geben. Das Zeugkündigt, weil ich noch alles gesagt habe, dann glaube ich, es gibt mir die Welt. Und weißt du, Gott verheiratet, wenn er da kommt, weil er durch den Sinn ist, kann er in die Welt kommen, dass wir essen nicht nur, Gott sei Dank, dass er hier so sein, und bei wem dort essen, er hat Jesus so drei gestalt, und ich habe das durch den Glaubensdrehen und wir werden kein Gesinn sein. Und dann kann er verheiratet werden, wenn wir gesinnt werden, dort werden wir viel ab dem Kopf geklärt. Komm on, direkt da. Ich kriege jeder zwei ab dem Kopf geklärt, wann wir gesinnt werden. Und wenn wir krank sind, und der uns zum Glauben bringen, die Menschen sind zum Glauben gekommen durch Krankheit, die sind nicht durch Krankheit zum Glauben gekommen, die sind zum Glauben gekommen, die sind zum Glauben gekommen durch das Wut Gottes. Dort sage ich in Räumen, 10, 7, 10 plus, durch Faith comes by hearing, by hearing the word of God. Glauben kommt durch den Hirn, und durch den Hirn, durch von das Wut Gottes hier. Wow. Es gibt keinen anderen Weg zum Glauben zu kommen, und durch das Wut Gottes. Hmm. Wenn die best krank waren, und die beste Zeit zum Glauben gekommen, dann meint, du hast immer angefangen, über dein Leben nun zu denen. Genau. Du hast immer mit Stahlhallen, checken, wie es ist. Das stimmt. Und dann, auf einmal merkst du, die in Halt oben, die können jetzt Gottes sie tragen, und dann sagt, keiner kann Gott kommen, wenn er jetzt Gottes nicht trägt. Das stimmt. So, da habt ihr getraten, und die sind durch Krankheit, dort ist nicht durch Krankheit. Dort redet sich ganz je und immer, mit Gottes Wut. Gott verwechselt nicht, verwechselt nicht, mit dies tritt in Licht. Und Gott ist bloß Licht, der kann nichts mit dies, das zu tun haben. Und Gott ist ein Gott von Lebenden, die sind her. Klar. Dort ist das Wut, was uns dort lebt. Und Jakobus sagt, alle gute Sachen, alle vollkommende Gruppen, kommen vom Buben. Die kommen von dem Futter. Und die sagen, dies ist das, der sich über neun teilen. Dies ist das, der sich über neun teilen, durchs Leben. Und das muss jetzt sein, wenn wer krank ist in der Familie, muss sagen, wenn einer nicht krank ist, oder auch krank ist, dort hat die ganze Familie, der das hindert. Aufbringen. Denn sie müssen sie halten, sie müssen sie abhalten, sie müssen sie abhalten, sie müssen sie zu tun. Weil die ganze Familie, die sie aufbringen, Geld, die sie aufbringen, die sie aufbringen, die sie aufbringen, die sie aufbringen. All diese Dinge. Und so viele Menschen sind krank, die sie nicht geholfen haben, mit der Hand vor dem Boden. Bei einer Zeit, wo die Götze zu sterben, dort sage ich, nicht durch Krankheit, Gott verheiratet wurde, sondern durch den Glauben. Wenn wir die Futter vornehmen, oder den Menschen, vielleicht sogar erst denen, vielleicht werden wir gestorben, in der Familie, und all das. Wie vorhin in den Hüssen sagten, dass Menschen bei unserer Familie starb auch nicht. Wir sind dankbar, was unsere Familie noch leben hat. Aber wir sagen, den Glauben, was der Mensch nicht hat, selbst wenn er gestorben ist, zum Glauben werden wir haben. Aber nicht die Krankheit, nicht die Däute, das ist nicht, was wir wollen. Wir wollen den Glauben, was wir haben. Dann sage ich, dass das allmählich Gott erfüllen, wenn er nicht durch den Glauben kommt. Das muss alles durch den Glauben sein. Und wenn die Menschen sagen, ich will dir keine Krankheit, wo ich Gott verheirliche. Ich will dir sagen, das ist nicht biblisch. Das weiß ich nicht. Du musst dir denken an anderen. Krankheit kommt nicht von Papa Gott. Krankheit kommt nicht von Papa Gott. Krankheit kommt durch Sinn. Das kommt durch Sinn in der Welt. Aber wir wollen das nicht bescheiden. Das ist bloß so klein. Wir wissen, wenn die nicht glauben, dass die Krankheit von Diebel kam, wir haben gar keine Krankheit. Wow. Krass. Du bist perfekt. Und dann musst du nicht sagen, wenn du willst. Adam hat sich die Hand gegeben, dass die Leer aus den Engeln steht. Und dann sieht er wie ein Engel. Und er steht in den Buben an. Und er ist wie ein gefallener Engel. Voll von Sinn und Wiesternis. Und er hat sich geboren für ihn. Und er geht dich über diese Welt. Dort steht Gott von dieser Welt, die du stehlen und in den Einreden, in den Dauten, Ineinigkeit, in Krankheit. Dort können wir so gut sein, wenn wir mit dem Klima in den ACS denken, von woher kommt das? Was? Ist das genau? Das wäre genau. Ineinigkeit. Und dann müssen wir schauen, Jesus ist der genauer, was du in den Echternes tun. Okay? Dass er den Eich gesagt hat. Das ist das, was ich sage, was du in den Echternes betrachten. In Johannes 15, Vers 12. Das ist das, was ich tun, was du in den Echternen gemacht hast und was du in den Eichnacken kannst. Und das ist der Einleggericht. So was Jesus macht das? Der ist der drei Stalte, die du in den Echternen betrachtet, und was du in den Echternen betrachten. Ah, gar ein Problem. Was ist das hier? Was ich meine, Krankheit, dass sie wegschieben Weißt du nicht, dass ich diese Idee habe? Ja. Das ist alles, was ich tun habe. Krankheit, dass sie bei sich erst rührt. Sinn für jeden. Sinn für jeden. Sinn für jeden. Sinn für jeden. Das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff. Das ist eine Schiff. Der einer, der am Bad wohnt, der nicht mehr ist. Die heute ist nicht mehr. Die Dinge, die sie nachdenken. Weil wir sagen, Gott ist der, der nachher ist, dann sag ich, du bist Jesus, jetzt bist du reich. Wir waren mit Peter, wir waren mit unruhen von mir. so, wie dreht man das mit so einem Duhl, aber das fehlt und ich wünsche, ich kann das zehn Jahre drehen, oder was? wir sind zehn Jahre gelaufen, aber weißt du was? das hat uns noch mal das letzte paar Jahre noch mal das wird noch mal sein, denn ich kann das abwarten, man kann uns die Zeit nicht glauben dann muss man wieder sagen, dann muss man wieder sagen dann muss man wieder gehen, das wird passieren, aber wenn wir nicht glauben, dann kommt so wenig nach dem Moment, als das passiert passiert, also für mich, wir wollen glauben, nicht? für mich, wir wollen wie sollen? so viele, wenn du nicht geholfen wirst, du hast noch mal zu dir und du hast nicht eine gute Wahrung gehört, du hast so ein verdrehtes Denken, auch du denkst noch mal dort alle denken, so aus der Welt denkt, und dann kommst du nicht die Heilung annehmen, wo du zwei, diesen Jahr, drei passiert ist und dann wirst du vielleicht den beschuldigen, wer für dich gebetet hat, oder der Gott beschuldigt, Gott hat vor allem alles zu tun du fehlt nicht mehr, der hat alles vor ich gemerkt, und wenn du sagst, das ist nicht mehr für uns, dann muss dann nur den erfahren, was passiert, ist aus Jesus drin im Himmel vor, das ist wow, denn heute wir haben das nie mehr und dort ist nicht bloß vor ich gemerkt, heute schauen wir uns an die Wiese, wo das nie richtig ans Unterbeiden hat und wo wir nicht können leben, man dort ist nicht erst vor woher woher das ist So, das ist klar, weil die Menschen, die sind so viel, viel von denen, die sagen, das ist nicht, das ist nicht. Aber wenn die Worten, die kann man nicht nur die Bibel lesen und dann, dann machen die einfach, das ist was das ist. Und jeder einer, der das hört, der, die weiß, das in dem Band, das ist was das. Das sind dann die Besten, die weiß, das ist was das. Aber wenn du hast, mit dem System, was du hast, gleichst du hier nach jedem zu streben. Aber wenn du weißt, die du da bist, dann bist du nicht mehr, ich habe voll das in dem Band, das ist das, was du hast. Aber jetzt habe ich das, du bist du hierher. Wenn du das alles gegräst, dann ist die Wahrheit, die du hierher gegräst. Du musst nur auf dem Band werden, geactiviert. Du kannst nicht hier rein, du kannst hier rein. Du kannst hier auf dem Band werden und dann wieder gegräbt werden. Und dann kannst du das auch leben. 100% Und du bist so schön, so wie... Ja, und dort, wo dann weit wieder ein Angst zu sterben, eben wenn man uns verstanden hat, nicht begreifen kann. Halleluja. So, wir wollen das mit dir reden. Im nächsten Jahr, als Timothy Pfand herreden, doll Menschen sein, das ist das. Dort der Heilung, dort mein gestes Geheult sein. Das ist ein gerollter Teumor, weißt du? Also, wir wollen das nächste Mal von dort reden, ne? Was meint da, was Menschen sonst dort zu heilen? Ja, so, got to see my tune, bleib mal dich wieder, und wir hören uns das nächste Mal. Yes. See ya.